So, auch von mir ein herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Spannagel, ich bin Professor für Mathematik und Informatik, Didaktik an der pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Und vielen Dank, dass ich heute die Keynote halten darf. Ich habe mir überlegt, ich möchte eine Keynote halten über das Thema Informatik für alle. Und zwar möchte ich herausstellen, dass informatische Bildung wichtig ist für alle Menschen in unserer Gesellschaft. Also letzten Endes soll es ein Plädoyer geben für das Pflichtfach Informatik. Okay, Sie alle haben mitbekommen wahrscheinlich, dass in Baden-Württemberg jetzt ein bisschen Bewegung in die Sache gekommen ist. Es ist angekündigt von der Landesregierung, dass so etwas wie das Fach Medienbildung, Informatik ab dem Herbst 2025 eingeführt werden soll. Und ich bin mir sicher, auf dem Weg dahin wird es jede Menge BedenkenträgerInnen geben und Gegenwind und Gegenargumente. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich stelle heute mal alle Gegenargumente zusammen, die mir so in den letzten Jahren begegnet sind. Und alle Gegenargumente zu den Gegenargumenten, sodass wir alle argumentativ gestärkt ins nächste Jahr gehen und uns am Diskussionsprozess beteiligen können. So, und zwar führe ich jetzt nacheinander die Kritikpunkte am Pflichtfach Informatik an und entkräfte die. Kritikpunkt Nummer 1 ist, es muss doch nicht jeder und jede programmieren können. Programmieren ist eine Tätigkeit, das machen Informatikerinnen, Informatiker. Warum muss jeder in unserer Gesellschaft programmieren können? Wir brauchen das Fach doch eigentlich gar nicht. Da muss ich sagen, jemand, der diese Kritik anbringt, der hat noch nicht so ganz verstanden, dass Informatik viel mehr ist, als nur zu programmieren. Programmieren ist eine Tätigkeit, vielleicht ein Werkzeug innerhalb der Informatik, aber in Informatik gibt es auch um viel, viel mehr. Was macht eigentlich das Fach Informatik aus? Andreas Zentler und ich haben mal vor einigen Jahren eine empirische Studie durchgeführt und haben InformatikprofessorInnen bewerten lassen, Konzepte der Informatik nach ihrer Bedeutsamkeit innerhalb des Fachs. Also genauer habe ich jetzt keine Zeit darauf einzugehen, wie wir das gemacht haben. Aber da ist beispielsweise Folgendes herausgekommen. Das Konzept Algorithmus ist das wichtigste Konzept in der Informatik. Danach Computer, Daten, Problem, Information, System, Sprache, Programm, Test und so weiter und so weiter. Das sind alles zentrale Konzepte des Fachs Informatik. Und wenn man der Meinung ist, dass Menschen in unserer Gesellschaft sich mit solchen Konzepten wie Algorithmus, Information, Daten, System und so weiter auskennen sollten, dann sollte man auch dafür plädieren, das Fach Informatik in der Schule einzuführen, weil das das Fach ist, in dem diese Konzepte intensiv behandelt werden. Da kommt auch Programm vor und Programmieren, aber wie Sie sehen, ist das nur einer von vielen Aspekten im Fach Informatik. Wenn man in die Bildungsstandards der Gesellschaft Informatik schaut, dann sieht das so ähnlich aus. Information und Daten, Algorithmen, Sprachenautomaten, Informatiksysteme und so weiter. Also das Fach Informatik ist viel vielseitiger als nur die Tätigkeit Programmieren. Ja, dann kommt ab und zu mal der Wunsch, können wir das Fach nicht Coding nennen? Irgendwie klingt ein bisschen hip und modern. Also als Mathematikdidaktiker bin ich dann dafür, wenn wir das Fach Informatik Coding nennen, dann sollte man das Fach Mathematik auch wieder Rechnen nennen. Also für alle die unter Ihnen, die Mathematik auch unterrichten, wissen, Mathematik ist viel mehr als Rechnen. Die ganzen Konzepte, die da im Hintergrund stehen, auch da gibt es zentrale Konzepte, Funktion beispielsweise, Zahl, Operation, Modell, mathematische Modellierung und so weiter. Da gibt es zahlreiche Konzepte, die eine Rolle spielen und Rechnen ist nur eine der Tätigkeiten. Genauso ist es mit Programmieren. Zweitens, zweites Gegenargument könnte sein, natürlich muss jeder mal eine Programmiersprache kennengelernt haben. Die Menschen in unserer Gesellschaft müssen keine SoftwareentwicklerInnen werden, aber sie arbeiten jeden Tag mit Kisten, die Blackboxes sind und die mit magischen Fähigkeiten irgendetwas tun. Wer mal kennengelernt hat, wie so eine Kiste funktioniert, wie eine Programmiersprache funktioniert, der kann besser einordnen, dass das, was da passiert, keine Magie ist, sondern nach Algorithmen funktioniert und weiß, wo die Grenzen dieser Maschinen liegen und so weiter. Drittes Gegenargument, vielleicht noch ein bisschen krasser, doch jeder muss programmieren können. Heute wird oftmals sogar behauptet von Industrieunternehmen, dass nicht mal die InformatikerInnen in Zukunft programmieren können, weil das ja alles KI machen wird. Ich halte das für eine steile These und ich würde sagen, eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Auch gerade wenn es KI gibt, muss jeder programmieren können. Um mal ein Beispiel zu nennen, neulich wollte ich eine Liste von Daten aus dem Internet in meinen persönlichen Google-Kalender überführen. Und dann habe ich gesagt, wie mache ich denn das, diese Liste da? Und dann hat jemand gesagt, dann sagt doch ChatGPT, mach mal aus dieser Liste von Daten eine ICS-Datei, eine Kalenderdatei. Dann habe ich das gemacht und dann war ich überrascht. ChatGP hat gesagt, okay, pass auf, ich kann dir keine Kalenderdatei machen, aber ich kann dir einen Python-Code geben, der dir diese Kalenderdatei ausspuckt. So, super. Das heißt, die KI hat mir Code gegeben, aber mit diesem Code muss ich irgendwas machen. Das heißt, nur weil ich programmieren konnte, wusste ich, was ich mit dem Code machen muss. Da waren übrigens noch Fehler drin, die ich dann bereinigt habe. Ich habe mit ChatGPT noch ein bisschen diskutiert, was er verbessern soll und so weiter. Und dann habe ich noch ein paar Kleinigkeiten im Code selbst geändert. Das heißt, selbst wenn wir Technologien haben, die programmieren können, oder vielleicht sogar, weil wir Technologien haben, die programmieren können, müssen zukünftig alle programmieren können, damit sie mit diesen Technologien interagieren können und so war souverän und informiert. Ein analoges Beispiel ist der Taschenrechner. Nur weil wir den Taschenrechner in der Schule verwenden, müssen doch trotzdem alle noch rechnen lernen. Ich kann den Taschenrechner doch nur benutzen, weil, wenn ich rechnen kann, wenn ich eine Vorstellung habe von Zahlen und Operationen, wie das alles zusammenhängt, wenn ich die Ergebnisse, die mir der Taschenrechner gibt, beurteilen kann. Und genauso verhält es sich mit KI und Programmieren. Kritik Nummer zwei. Okay, gut, wir brauchen das Fach Informatik. Nicht wegen dem Programmieren, aber vielleicht brauchen wir es nicht, weil die Digital Natives, also die Kinder und Jugendlichen in der Schule, sind doch sowieso, wie ihr alle schon wisst, die wissen doch mehr als ich als Lehrerin und was soll ich ihnen eigentlich noch beibringen und so und das ist doch eigentlich verschwendetes Stundenkontingent. Gegenargument. Es gibt die Digital Natives nicht. Also der von Mark Prensky mal ins Feld geworfene Begriff wurde vielfach empirisch und wissenschaftlich kritisiert. Also das war auch nicht empirisch irgendwie begründet, dieser Begriff, sondern das war einfach eine nette Idee vielleicht. Aber es gibt die Digital Natives nicht, also die, die sozusagen ins Digitale hineingeboren wurden und ganz andere kognitive Fähigkeiten haben als alle anderen, die Digital Immigrants. Natürlich ist es so, dass die Kinder und Jugendlichen sehr wendig mit diesen Technologien umgehen können. Also sie können mit dem iPad wischen und mit dem Handy arbeiten und so weiter, aber ihnen fehlt das Strukturwissen dahinter. Also fragen Sie mal einen Digital Native, wo seine Datei liegt, wenn er die am Tag vorher irgendwo abgespeichert hat auf dem Computer. Das heißt, denen fehlt sozusagen das Strukturwissen über Dateiorganisation am Computer. Die wissen nicht, wie das Internet funktioniert, wie Information A nach Information B kommt, was eine kleine Serverstruktur ist, wie Verschlüsselung funktioniert und so weiter und so weiter. Das heißt, die ganzen Technologien, die sie nutzen, das Backgroundwissen dahinter, das fehlt ihnen. Ein schönes analoges Beispiel, das von Christine Böscherer von der PA Ludwigsburg stammt, ist, es verhält sich mit der Informatik so wie mit dem Fach Deutsch. Viele unserer Kinder sind ja German Natives, sozusagen, wenn sie in die Schule kommen. Die können wendig Deutsch sprechen. Trotzdem haben wir komischerweise den Eindruck, sie bräuchten 9, 10, 12 oder 13 Jahre das Schulfach Deutsch. Warum? Weil es um das Strukturwissen hinter der gesprochenen Sprache geht. Die Kinder müssen so viel lernen im Fach Deutsch, das steht hier im Bildungsplan, die müssen lesen lernen, schreiben lernen, die müssen etwas über Grammatik lernen, über Sprachstrukturen, Textsorten und so weiter und so weiter. Das heißt, obwohl sie wendig Deutsch sprechen können, müssen sie ganz viel über die deutsche Sprache lernen und genau so verhält es sich mit digitalen Kompetenzen. So, nächste Kritik. Gut, okay, die Kinder müssen da ein bisschen was lernen, schon klar, aber dafür ist doch die Schule nicht zuständig. Das ist ein typisches Spitzer-Argument. Der Computer ist eine Maschine und die Maschine benutzen lernen, dafür braucht man nicht die Schule. Es ist ja auch so wie mit dem Autofahren. Autofahren lernt man ja auch nicht in der Schule. Autofahren, das lernt man privat irgendwo in der Fahrschule. Dann machen wir doch den Computerführerschein irgendwo außerhalb der Schule. Das halte ich für einen absoluten Fehler. Die Schule ist genau dafür zuständig. Warum? Reaktion Nummer eins, informatische Bildung ist Teil der Allgemeinbildung. Und dafür sind allgemeinbildende Schulen nun mal zuständig. Warum ist das so? Wir leben in einer zunehmend von Digitalisierung geprägten Welt. Überall um uns herum wirken Algorithmen, überall wirken Informatiksysteme. In zunehmendem Maße. Das bedeutet, dass zunehmend auch die Gefahr besteht, dass diejenigen, die wissen, wie sie die Algorithmen für ihre eigenen Zwecke einsetzen, das auch tun. Algorithmen werden und sind Machtinstrumente der Industrieunternehmen von politischen Parteien und so weiter gegenüber der Allgemeinheit. Das heißt, das ist eigentlich eine große Gefahr für die Selbstbestimmung der Menschen in unserer Gesellschaft und auch letzten Endes für eine freiheitliche Demokratie. Dem kann eine Gesellschaft nur eins gegenüberstellen, nämlich den informatisch gebildeten Bürger und die informatisch gebildete Bürgerin, die informiert und souverän Bescheid wissen, wie sie mit diesem System umgehen, was die Konzepte dahinter sind und dann auch entsprechend Entscheidungen treffen können. So, und der einzige Ort, an dem eine Gesellschaft das systematisch gewährleisten kann, dass alle Menschen diese Bildungselemente erhalten, ist die Schule. Das kann man nicht auf die Eltern oder auf den Nachmittag abschieben. Um das Beispiel von Spitzer nochmal aufzugreifen, ein souveräner, informierter, gebildeter Mensch in unserer Gesellschaft muss nicht unbedingt in der Lage sein, Auto zu fahren. Aber er muss in der Lage sein, mit Informatiksystemen umgehen zu können und die Wirkungsmechanismen hinter Informatiksystemen zu verstehen. Genau, wir müssen also die Menschen empowern. Darum geht es. Es geht um das Empowern der Menschen in unserer Gesellschaft und dafür ist informatische Bildung heute wichtiger denn je. Ein anderes schönes Beispiel von Ira Diethelm, das mir in dem Kontext begegnet ist, ist, früher wussten die Menschen mithilfe ihres Schulbildungswissens ungefähr, wie ein Auto funktioniert. Also, da konnte man es ungefähr vorstellen, da sind irgendwelche chemischen Verbrennungsprozesse und so weiter und dann ist da irgendwas Physikalisches und da ist dann Reibung und was, das weiß ich. Mittlerweile ist aber so, zunehmend sind die Dinger ja digitalisiert und fahren autonom und so weiter. Zunehmend wissen die Menschen nicht mehr so genau, wie Autos um sie herum funktionieren. Und weil überall KI enthalten sein wird, wissen die Menschen zunehmend nicht mehr, wie die Dinge um sie herum funktionieren. Das kann doch nicht sein. Wir brauchen Menschen in unserer Gesellschaft, die ungefähr wissen, wie die Welt um sie herum funktioniert. Und deswegen brauchen wir informatische Bildung. Genau, also überall wird KI implementiert, überall sind die Dinge autonom und so weiter. Und deswegen müssen wir Menschen entsprechend ermächtigen. Reaktion Nummer zwei, wir müssen dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Das ist auch ein Argument, also wir brauchen Menschen in den MINT-Berufen, da haben wir viel zu wenige. Und wie interessiert sich jemand für MINT-Berufe, indem er guten MINT-Unterricht hat? Das ist einer der Aspekte. Das heißt, wir brauchen guten Informatikunterricht, damit sich mehr Menschen auch dafür interessieren, später im Beruf irgendetwas mit Informatik zu machen. Und insbesondere ist das gerichtet an die 50 Prozent Mädchen, die immer noch unterrepräsentiert sind im Informatikbereich. Und ein ganz wichtiges Element, Mädchen für Informatik zu interessieren, ist gendersensibler, gendergerechter Unterricht im Bereich Informatik. So, nächste Kritik. Okay, also wir sind uns jetzt einig, die Schule ist dafür zuständig und wir brauchen informatische Kompetenz und so weiter, aber dann brauchen wir doch kein eigenes Fach dafür. Das können wir doch integrieren in die anderen Fächer. Also informatische Kompetenzen können doch die DeutschlehrerInnen und die MathematiklehrerInnen und die SportlehrerInnen und die EthiklehrerInnen und so weiter mit unterrichten. Ich weiß nicht, wie lange Sie schon im Schuldienst sind, aber vor einiger Zeit gab es mal das Fach ITG. Es war kein Fach, sondern es war in die Fächer integriert und mein damaliger Chef Herbert Löte hat immer spaßeshalber gesagt, die haben ITG wegintegriert. Weil man versucht, mit möglichst wenigen Ressourcen etwas umzusetzen. Das können doch alle mitmachen. So, das heißt, in den normalen Unterrichtsfächer kommt immer mehr dazu und jetzt soll da auch noch informatische Bildung mitgemacht werden von allen LehrerInnen, die sowieso schon da sind. Und was passiert? Es tröpfelt irgendwo bildungsplanmäßig in den Unterricht rein und verschwindet dann, weil man dafür keine Zeit hat und man sowieso viele andere Dinge machen muss und so weiter. Man muss, wenn man das Fach Informatik ernst nimmt und informatische Bildung ernst nimmt, muss man das Fach in der Schule einführen. Wegintegrieren, habe ich gesagt, genau. Warum brauchen wir das Fach? Insbesondere brauchen wir das Fach, weil wir LehrerInnen brauchen, die ExpertInnen im Bereich Informatik sind und diese Expertise in die Schulen tragen. Wir würden ja auch nicht sagen, Mathematik kommt überall vor, also können alle anderen LehrerInnen Mathematik mit unterrichten. Die LehrerInnen haben doch gar nicht die fachlichen und fachdidaktischen Kompetenzen in dem Fach. Genauso ist es bei der Informatik. Wir brauchen InformatiklehrerInnen, die entsprechend ausgebildet sind, um dieses Fach in der Schule zu repräsentieren, entsprechend im Unterricht zu halten und auch in der Lage sind, sich über 40 Jahre ihres Berufslebens selbstständig weiterzubilden in dem Bereich. Informatik ist doch etwas, das wird sich ständig verändern. Ich weiß überhaupt nicht, wie das in 10 Jahren noch aussieht, geschweige denn in 40 Jahren. Das heißt, wir brauchen LehrerInnen, die in der Lage sind, da up-to-date zu bleiben und als MultiplikatorInnen für die anderen LehrerInnen in der Schule auch zu dienen. Also wir brauchen informatische Expertise im Kollegium. Das heißt, wir brauchen mehr InformatiklehrerInnen an den Schulen, damit sie auch im Kollegium diese Expertise vertreten können. Also wenn man das Fach Informatik ernst nimmt, informatische Bildung, dann muss man dem einen Ort geben an der Schule und die einzige Möglichkeit ist das Fach Informatik. Ja, weitere Kritik, ja okay, dann machen wir halt ein Fach, aber da nennen wir es nicht Informatik, sondern da geht es ja auch irgendwie um Medien und so. Dann machen wir doch das Fach, nennen wir dann Medien oder Medienbildung oder Digitale Bildung. Neulich ist mir in meiner Vorschlag begegnet, wir könnten das Fach Medienpädagogik nennen. Da habe ich gedacht, was ist das denn für ein Quatsch? Wir wollen die SchülerInnen noch nicht zu Medienpädagogen ausbilden. Aber da kommen irgendwie alle möglichen Fachbezeichnungen, insbesondere digitale Bildung ist momentan sehr stark im Kommende, könnte das Fach ja so nennen. Gegenargument, Schulfachbezeichnungen beziehen sich in der Regel auf Wissenschaften. In unserer Gesellschaft ist es so, dass neues Wissen und Wissen insbesondere durch Wissenschaften generiert wird. Und, wie Sie alle wissen, ist es etwas, was zunehmend in unserer Gesellschaft nicht mehr als solches wahrgenommen und geschätzt wird. Das heißt, wir sollten doch versuchen, die Wissenschaft und die Wissenschaften insbesondere auch in der Schule prominent zu platzieren. Und die Wissenschaft, die die Referenzwissenschaft für Digitalisierung ist, ist die Informatik. Also lassen Sie uns doch bitte das Fach Informatik nennen, genauso wie wir kein Problem damit haben, das Fach Physik und Chemie und Mathematik und so weiter zu haben. Warum sollen wir das Fach jetzt auf einmal Digitale Bildung nennen? Ein schönes Bild, ein altes Bild von Norbert Breuer, das mir immer noch sehr gut gefällt, ist nochmal um deutlich zu machen, warum das Fach Informatik auch im Fächerkanon wirklich eine gute Platzierung und eine entsprechende Rolle haben sollte. Es geht um verschiedene Konzepte. Stoff, Stoffliches wird bislang von Chemie im Unterricht vertreten, also die Lehre von Stoff und deren Wandlung. Energie auf der rechten Seite von der Physik, so als zentrales Konzept und für Information, dafür ist die Informatik zuständig. Das hat bislang gefehlt, aber diese Lücke wird sozusagen von der Informatik gefüllt und dann sieht man hier unten links die Biologie als Lehre vom Zusammenwirken von Stoff, Energie und Information in lebenden Systemen und das Fach Technik als Lehre vom Zusammenwirken von Stoff, Energie und Information in unbelebten Systemen. Was hier noch fehlt, ist die Mathematik, die für all diese Wissenschaften die entsprechenden Werkzeuge und Denkmodelle zur Verfügung stellt. Aber hier sieht man schön, wie sich Informatik eigentlich ganz natürlich einreiht in das Zusammenspiel von MINT-Fächern. Übrigens hat auch keiner ein Problem damit, von MINT-Fächern zu sprechen, da steckt auch IWI Informatik drin, aber man hat manchmal ein Problem, das Fach auch tatsächlich Informatik zu benennen. Ja, außerdem ist natürlich Medienbildung wichtig, also bitte nicht falsch verstehen, aber Medienbildung, das ist eine Querschnittsaufgabe. In allen Unterrichtsfächern werden Medien eingesetzt als Unterrichtsmedien. In allen Unterrichtsfächern geht es auch darum, zu lernen, wie man mit diesen Medien gescheit umgeht und zwar sowohl mit analogen als auch mit digitalen Medien. Das heißt, Medienbildung ist ja auch bereits im Bildungsplan als Querschnittsaufgabe verankert, in vielen Bildungsplänen in Deutschland. Also lassen Sie uns das doch bitte genauso machen. Medienbildung ist eine Querschnittsaufgabe in allen Fächern. Es gibt aber trotzdem das Fach Informatik, in dem es um informatische Bildung geht. Und die SchülerInnen lernen durchaus natürlich auch bestimmte Medienaspekte im Fach Informatik, die dann in anderen Fächern genutzt werden können. Das heißt, die Deutschlehrerin, der Deutschlehrer muss dann vielleicht nicht mehr den Umgang mit Textverarbeitung in dieser umfassenden Form vermitteln, weil es bereits im Kontext von Informatikunterricht auch gemacht wurde oder Tabellenkalkulationen im Mathematikunterricht und so weiter. Das heißt, hier kann das Fach Informatik auch eine zentrale Säule sein, sozusagen von der aus die anderen Fächer sich bedienen können. Genauso wie man in Physik erwartet, dass SchülerInnen in Mathematik schon bestimmte Dinge gemacht haben. So, jetzt kam die Ankündigung der Landesregierung Baden-Württemberg, die ich erstmal total gut finde. Endlich bewegt sich da mal was. Also seit Jahrzehnten argumentiert die Fachdidaktik Informatik und viele InformatiklerInnen, wir brauchen das Fach und das ist aber nicht so richtig in die Gänge gekommen. Und jetzt passiert endlich was. Ab dem Herbst 2025 ist eine Änderung des Schulgesetzes in Planung und es ist angedacht dort auch pro Schuljahr, wenn ich es richtig verstanden habe oder richtig erinnere an die Mittelstufe, so etwas wie das Fach Medienbildung-Informatik einzuführen. Okay. Appell. Lassen Sie das Fach bitte Informatik nennen und nicht Medienbildung-Informatik. Anders, wenn Sie das Fach Medienbildung-Informatik nennen, dann lassen Sie uns doch die anderen Fächer auch umbenennen. Also Kommunikationskompetenz-Deutsch, analytisches Denken-Mathematik, BNE-Biologie vielleicht oder Gesundheitsförderung-Sport. Also was soll das denn? Informatik ist die Wissenschaft, das Fach heißt Informatik, Medienbildung ist Querschnittskompetenz. So, letzte Kritik. Alles schön und gut, aber wir haben keine Ressourcen. Wir haben dafür nicht genug Stundenkontingent. Im bisherigen System. Okay. Gegenargument. Es gibt viele Forderungen, nicht nur von, ich könnte jetzt sagen, die paar Informatik-DidaktikerInnen, die das fordern und so weiter, alles schön und gut, aber es sind ja nicht die Informatik-DidaktikerInnen. Es ist die ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz, die schon vor einiger Zeit gefordert hat, wir brauchen das Pflichtfach Informatik. Und zwar in der Mittelstufe mit mindestens vier Stunden in der Stundenkontingent-Tafel und mittelfristig mit sechs Stunden, also mit einer Stunde pro Schuljahr. So, und wenn man sich das in Deutschland anschaut, das können Sie nicht lesen, ich sage Ihnen also, je grüner, umso besser, sozusagen. Mecklenburg-Vorpommern und Saarland sind top mit insgesamt sechs Stunden, also einer Stunde pro Schuljahr. Dunkelgrün-Sachsen mit drei bis vier Pflichtstunden, eins bis zwei Pflichtstunden sind die hellgrünen und orange ist irgendwie ein bisschen Informatik. So, und rot ist gar nichts. Ja, aber Sie sehen, da ist noch viel Entwicklungspotenzial, ja, und dass Baden-Württemberg es jetzt auf den Weg macht, prima, aber alle anderen Bundesländer müssen es auch tun. Zweites Gegenargument, wenn kein Platz ist, dann lasst uns doch jetzt endlich mal anfangen, das Curriculum fit fürs 21. Jahrhundert zu machen. Also es gibt so viel, also wir können doch über alles diskutieren, ja, brauchen wir so und so viele Stunden für das Fach Mathematik? Also könnte das Fach Mathematik nicht zwei Stunden aus der Stundenkontingenttafel abgeben für Informatik und das Fach Deutsch vielleicht auch eine Stunde und Physik eine Stunde oder so. Wir brauchen doch nur, eine Stunde gibt es ja schon, wir brauchen doch nur fünf weitere aus den anderen Fächern. Und ja klar, dann müssen wir dort vielleicht auch mal über die Inhalte reden, ob wir die ausdünnen können, ob wir das ein oder andere nicht auch lassen können. Insbesondere im Gymnasium, jetzt bezieher ich mich nur auf das Gymnasium, habe ich noch eine andere Idee. Hier sieht man einen Ausblick aus der Stundenkontingenttafel und da sieht man bei den Hauptfächern, also Deutsch hat 24 Stunden in der Mittelstufe, also nicht in der Mittelstufe, sondern fünfte bis zehnte Klasse. Mathematik hat 24 ebenfalls, also Deutsch und Mathematik 24. Informatik eine. Und die Pflichtfremdsprachen, erste und zweite Pflichtfremdsprache zusammen, 40. Was ist denn das für ein Missverhältnis? 40 Stunden für Fremdsprachen und eine Stunde für Informatik? Vielleicht können wir darüber mal reden, insbesondere weil es zukünftig immer weniger wichtig sein wird, verschiedene Fremdsprachen zu kennen. Also, dass man vielleicht mal eine lernt und so weiter. Okay, dass man Englisch lernt, okay, aber müssen wir das Gleiche nochmal in fast demselben Umfang mit Französisch durchmachen? Also, mein Vorschlag wäre, lassen Sie uns die zweite Pflichtfremdsprache abschaffen. Stattdessen, ja, aber lassen Sie uns darüber diskutieren, also warum denn nicht? Sie kann doch in den Wahlbereich, es muss doch niemand gehindert werden, daran Fremdsprachen zu lernen, wenn er Fremdsprachen möchte. Aber bitte nicht alle Schülerinnen und Schüler in diesem Umfang in der Sekundarstufe 1, insbesondere nicht, wenn das auf Kosten des Fachs Informatik geht. Also, wenn jemand kommt und sagt, wir haben keinen Platz für Informatik, dann habe ich dafür überhaupt kein Verständnis, wenn Pflichtfremdsprachen einen so riesen Umfang haben. Nochmal, 40 gegen 1. So, und in der Grundschule, das muss auch noch ausgebaut werden, da brauchen wir natürlich, würde ich sagen, nicht das Fach Informatik, wir haben auch nicht das Fach Physik in der Grundschule, sondern hier müssten wir die informatische Bildung vorbereiten im Sachunterricht, so wie es auch mit den anderen wissenschaftlichen Fächern und so weiter passiert. Und da sollten wir uns auch auf den Weg machen, das so umzusetzen. So, letzte Kritik, jetzt kommt die letzte Kritik. Alles schön und gut, wir müssen das Fach einführen, wir brauchen das Fach Informatik und so weiter, wir haben nicht genügend InformatiklehrerInnen. Ja, das ist ein Problem des Versäumnisses der Politik der letzten 30 Jahre, ansonsten hätten wir nämlich mehr. Es ist ein Henne-Ei-Problem. Wir können das Fach Informatik nicht einführen, weil wir zu wenig InformatiklehrerInnen haben. Okay, aber es ist auch so, dass keiner Informatik studiert auf Lehramt, weil es das Fach nicht gibt. Es studiert doch keiner ein Fach, das es nicht gibt. Ja, also wir müssen doch erst das Fach einführen und zwar in vollem Umfang, um die Menschen dazu zu bewegen, die Studieninteressierten auch das Fach zu studieren. Und wir müssen uns am Anfang ein bisschen behelfen mit Quereinstieg, Seiteneinstieg, Fortbildungsprogramm und so weiter, keine Frage. Also der Anfang wird holprig, aber es geht nur darüber, dass wir das Fach einführen und nicht, dass wir erstmal warten, bis genügend InformatiklehrerInnen da sind, die werden nicht kommen. Und deswegen haben wir uns auch auf den Weg gemacht. Also in Baden-Württemberg gibt es jetzt mittlerweile viele Stellen, an denen das Fach Informatik ausgebaut wird. Im Gymnasialbereich kann man Informatik studieren, auf Lehramt, an den pädagogischen Hochschulen, schon länger an der pädagogischen Hochschule Karlsruhe und Ludwigsburg auch zum Beispiel. Und auch in Heidelberg haben wir jetzt mit der KZ Stiftungsprofessur angefangen, auch für die Sekundarstufe 1, Realschule, Hauptschule und so weiter, Werkrealschule, wie es alle heißen, Gesamtschule, das Fach Informatik einzuführen, auf Bachelor, Master, Studium. Und gemeinsam im Kontext der HSE mit Universität und pädagogischer Hochschule bauen wir jetzt hier systematisch das Lehramt Informatik auf. Falls Sie Studierende, SchülerInnen haben, die Fachinformatik belegt haben oder auch vielleicht interessiert sind, das Fachinformatik auf Lehramt später zu studieren, für Sekundarstufe 1 im Gymnasium gibt es hier QR-Codes und es werden Flyer ausgeteilt, also praktisch das, was Sie hier sehen, ist gleich auch noch auf dem Flyer drauf, den Sie hier an den Ausgängen gleich verteilt bekommen, können Sie gerne als MultiplikatorInnen Ihre SchülerInnen weitergeben. Und außerdem gibt es den HSE-Uni-PH-Stand noch im Foyer im Mathematikon, bei dem Sie auch Infotaschen, Infopakete bekommen mit mehr Flyern für Ihre SchülerInnen und weiteren Informationen. Im Seminarraum? A. Acht? A. 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 Okay, im Seminarraum A, alles klar. So, wo wir schon bei der Werbung sind, ich mache ganz andere Sache, kleine Werbung an der Sache, ich beschäftige mich mit interaktiver Wissenschaftskommunikation, habe ein neues Konzept, das wahre Wesen der Mathematik, nämlich in Twitch-Streams mit Menschen außerhalb irgendwo in der Welt, die Lust haben, Mathematik mache und wir haben eine Discord-Community gegründet zum Mathematikaustausch. Also wer Lust hat, das richtet sich an alle Menschen, also nicht nur SchülerInnen oder Studierende, sondern auch alle, die sonst Interesse an Mathematik haben, gerne teilnehmen. Ab Oktober machen wir Livestreams auf Twitch und diskutieren, unterhalten uns und bearbeiten mathematische Aufgaben gemeinsam in Discord. Okay, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe noch fünf Minuten geschenkt bekommen und die letzten fünf Minuten können wir vielleicht nutzen, um noch ein, zwei Fragen zu besprechen. Vielen herzlichen Dank. Applaus